Kochen 27.10.2018 mit Fernsehkoch Seltsamek kennt sie YouTube Tintenfische geben den schwarzen Spaghetti die Farbe und lassen sie leicht nach mehr schmecken Dazu kommt eine kräftige Portion Sardellenpaste sowie etwas Chili und Knoblauch für die Schärfe Schwarze Spaghetti mit Chili eine in einen Topf mit 4 Liter Wasser aufsetzen Wenn es kocht, ein Esslöffel Salz und die Spaghetti hineingeben Anfangs einmal umrühren, damit die Nudeln nicht aneinander kleben Zwei den Stielansatz der Chilischote entfernen Der Länge nach aufschneiden, Kerne und Innenwände heraus drängen, klein schneiden Alternativ ein bis zwei getrocknete Schoten zerkrümeln oder später mit einem Viertel bis halben Teelöffel Chili-Pulver würzen Drei Knoblauch häuten klein würfeln und kurz in zwei Esslöffel Olivenöl anschwitzen Von den Spaghetti 5 Ohm Kochwasser abnehmen mit der Sardellenpaste und der geschnittenen Chilischote Zum Knoblauchöl in die Pfanne geben und verrühren Das Gericht soll deutlich nach Sardellen schmecken und scharf sein 4-2 Scheiben CIA-Bata tosten und zerkrümeln Petersilie waschen, trocken schütteln, die Blättchen grob schneiden 5 die bis fest gekochten Spaghetti abgießen, kurz abtropfen lassen Sie dürfen aber nicht ganz trocken sein In der Pfanne mit der Knoblauchöl-Chilisauce mischen Das zerkrümelte Brot mit der Petersilie über die Spaghetti verteilen Beim Salfieren über jede Portion etwas Olivenöl geben Chilischoten am besten mit Küchenhandschuhen schneiden Die Schärfe die sonst an den Händen zurückbleibt reizt Schleimhäute an Augen und Nase Lachstata mit Radieschenstielen Die Radieschenstiele geben den Lachswürfeln bis und leichte Schärfe Der Fisch und das frische Grün kontrastieren auch farblich ganz wunderbar Die Radieschenkörbzutaten für 4 Portionen Zeit 10 Min Für kann man aufgeschnitten mit etwas Butter und Salz Nährwert 170 Kilokalorien 16 Gramm e 12 Gramm f Dazu reichen wie auf Seite 21 bei den Grutms 300 Gramm Lachs Frisch oder gefroren Klammer auf Rechtzeitig aus der Tiefkühltruhe holen und antauen lassen Klammer zu 1 halb und Radieschen 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl Klammer auf oder 1 Eigelb Klammer zu 1 Esslöffel Dijo Senf, Tabasco, Salz, Pfeffer 1 Lachs in sehr kleine Würfel schneiden Von den Radieschen die Stiele abtrennen, Köpfe und Blätter anderweitig verwenden Stiele waschen, drucken, schütteln, sehr klein schneiden 2 Öl oder Eigelb unter das Tatar rühren mit dem Senf und einem Spritzer Tabasco, würzen Die klein geschnittenen Stiele darunter mischen, kalztellen und bald servieren Erst kurz vor dem Servieren salzen und pfeffern, sonst wird der Lachs weißlich Fischcarpaccio für die filigranen Scheiben muss das rohe Fischfleisch ziemlich fest sein Gut, wenn der Fisch direkt aus der gefriertruhe kommt, der ist frisch und leicht zu schneiden, wenn er angetaut ist Solch ein Carpaccio kann man auch mit Jakobsmuscheln zubereiten Zutaten für 4 Portionen Zeit 15 Min Nährwert 110 Kilokalorien 12 Gramm E 6 Gramm F 250 Gramm Fester Fisch wie Seewolf Lachsfilet Sehr frisch oder tiefgefroren 1 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel Zitronensaft 2 Stiele Basilikum 1 Paar Blätter Koriander 1 Esslöffel Kräuter Der Provence 15 Gramm Parmesan Salz Pfeffer 1 Den Fisch gegebenenfalls auftauen Mit der Pinzette entgräten mit einem sehr scharfen schmalen Messer schräg in dünne Scheiben schneiden Klammer auf wie Räucherlachs Klammer zu Die Scheiben auf 4 Tellern anordnen 2 Olivenöl und Zitronensaft zu einer Emulsion verrühren und mit einem Pinsel auf die Scheiben auftragen Salsen und Pfeffern 3 Basilikum oder Koriander Waschen Klammer auf wie Mark kann auch beide Fäben den Klammer zu Trocken schütteln auf jeden Teller ein paar Blättchen legen und etwas Parmesan darüber hobeln Klammer auf Sparschäler Klammer zu Sofort servieren Getrocknete Kräuter geben sie bereits zur Zitronensaftöl Emulsion 4 Koriandertomaten an Ziegenkäse Wenn es um frischen Koriander geht, teilt sich die Welt in Freunde und Feinde Den gemahlenen Koriander aber mögen fast alle Hier treffen sich beide mit frischen und getrockneten Tomaten Mit Ziegenkäse ergibt das eine leichte, aromatische Vorspeise Zutaten für 4 Portionen Zeit 20 plus 2 Stunden Nährwert 170 Kilokalorien 2 Gramm E 15 Gramm F 6 Gramm KH 2 G 30 bis 40 Gramm Getrocknete Tomaten 750 Gramm Tomaten Schön reif und nicht zu groß 1 bis 2 Teelöffel gemahlenen Koriander 2 und Koriander Klammer auf oder Petersilie Klammer zu 1 bis 2 Esslöffel Rotwein Essig 4 Esslöffel Olivenöl 125 Gramm milder Ziegenfrischkäse 1 Getrocknete Tomaten Fein hacken Frische quer durchschneiden Kerne und Flüssigkeit mit einem Löffel herausholen und aufbewahren Stielansätze entfernen Tomaten würfeln Gemahlenen Koriander untermischen 2 Das Koriander grün waschen Trocken schütteln Einige Stiele in Folie im Kühlschrank unterbringen Blätter der anderen Stiele grob hacken und unter die Tomaten mischen Eventuell mit Rotweinessig abschmecken Nicht salzen 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl unterrühren und mindestens 2 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen 3 Die Tomatenkerne und Flüssigkeit mit je 1 Esslöffel Rotweinessig und Olivenöl pürieren, salzen und pfeffern 4 Zum Servieren mit einem Esslöffel Nocken aus Ziegenkäse formen etwas Tomatenkernsoße darüber geben Die Tomaten um den Ziegenkäse häufeln Die Korianderblätter aus dem Kühlschrank darauf verteilen Harte Trockentomaten kurz in etwas Wasser mit 1 Esslöffel Essig aufkochen 13 Eigelb von den Trüfeleiern Klammer auf das Eiweiß für das Omelette aufheben Klammer zu Mit 8 OG Zucker und Iomla Magnatsch hellgelb schaumig schlagen 30 OG Sahne steif schlagen Mit dem Eigelbmix und zu OG gehackten Trüffeln mischen Mindestens 3 Stunden in den Gefrierschrank stellen Dazu passt Rotweinsirup mit Birnen Ebenso Weißweinsirup, Teer oder mit Pfirsichen 440 Gramm Pasta pro Person in einem großen Topf mit 1 Esslöffel Salz bis festkochen Abtropfen lassen Ins Wieschen 5 OG sehr kleine Speckwürfel Langarm in 5 OG Butter etwas andünsten Für die Soße zoggehackte Trüffel untermischen Von der Herdplatte ziehen Mit der Pasta vermengen und 2 flüssig gerührte Eier mit Trüffelaroma untermischen Dazu Sogsahne und etwas Muskat Abschmecken mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer Der Nizza Salat hierzulande hat mit dem echten Mediterranen meist wenig zu tun Gekochte Bohnen und Kartoffeln zum Beispiel gehören nicht hinein Leider bekommt man wichtige Zutaten wie ganz junge Artischocken bei uns kaum Mit etwas Fantasie lässt sich ein Salat der Nevisse aber auch so komponieren Nizza Salat 1 Finneigrette in eine großen Schüssel mit dem Senf mischen und eine Knoblauchzehe hineinpressen Die Gemüse waschen und putzen Je nach Sorte Wurzeln Kerne und Blätter entwürmen Den Fenchel ohne Strunk in einzelne Blätter zerteilen Als erstes kommen die hohen Zuckerschoten in dünne Streifen geschnitten in die Salatschüssel Dann die Tomaten, je nach Größe halbiert oder geviertelt Zwei Frühlingszwiebeln und Selleriestangen in dünne Ringe schneiden Die Paprikaschote und Fenchelblätter in etwa 2 cm dicke Streifen Alles mit der Finneigrette vermengen Die Salatgurke schräg in Scheiben schneiden und untermischen Zum Schluss die Salatmischung mit den kleinen, möglichst bunt gemischten Blättern Untermengen alternativ Rucola und kleinen Romana-Salat In etwa 2 cm breite Streifen geschnitten Drei Thunfisch abtropfen lassen Sardellenfilets in Salz abspülen Den Salat auf Tellern anrichten Den Thunfisch darüber krümeln Jeweils ein halbiertes Ei Zwei Sardellenfilets und die Oliven Darauf verteilen Die Basilikumblätter abzupfen Größere zerteilen Über den Salat streuen Linsensalat mit Senf und Sellerie Kulinarisch haben Linsen viel zu bieten Und ganz nebenbei sind sie noch sehr gesund Ideal für diesen Salat Dunkelgrüne Pui-Linsen mit nussigem Aroma Die beim Kochen einen festen Kern behalten Zutaten für 4 Portionen Zeit 60, 30 Aktiv Nährwert 250 Kilokalorien 18 Gramm E 9 Gramm F 24 Gramm KH 9 Gramm B 200 Gramm Pui-Linsen Klammer auf oder andere kleine dunkle Linsen Klammer zu 500 M1 Brühe Eine Knoblauchzehe 100 Gramm Durchwachsen Räucherspeck Eine Schalotte 2 Esslöffel Rotweinessig Oder Balsam 1 Esslöffel Die Josef Auch Körniger 1 bis 2 Esslöffel Öl 2 Helle Selleriestangen Mit Blättern 1 Schick 6 E Stauder Salz Pfeffer 1 Linsen Mit Brühe Und angequetschter Knoblauchzehe aufkochen Bei kleiner Hitze mit Deckel Etwa 25 Minuten weichköcheln Abgießen Auskühlen lassen Knoblauch herausfischen 2 Speck in Streifen schneiden In der Pfanne andünsten Er soll nicht knusprig werden Die Schalotten schälen in Ringe schneiden 2 bis 3 Minuten in derselben Pfanne garen Essig und Senf gut mit dem Pfanneninhalt vermischen Alles zu den Linsen geben Das Öl untermischen mit Salz und Pfeffer abschmecken 3 Selleriestangen entfädeln In 5 mm dünne Scheiben schneiden Und direkt vor dem Servieren untermengen Schickurde Blätter abtrennen Waschen Mit den Sellerieblättern zum Linsensalat servieren A12 Eier und die 3 beim Parfait übrig bleibenden Eiweiß Die einige Tage Trüffelaroma eingesogen haben Mit Salz leicht aufschlagen 2 G-geackte Trüffel darunter mischen Eine große Pfanne mit Ibis 2 Esslöffel Öl erhitzen Die ganze geschlagene Eimaße auf einmal hineingeben Bei mittlerer Hitze anbraten Bis sie zu stocken beginnt Fest gewordenes Ei mit der Gabel etwas beiseite schieben So dass für Sieges darunter fließt Eine Seite des Omelettes über die andere klappen Den Herd ausschalten Noch einige Minuten weiter garen lassen Dann auf eine Platte in dicke Scheiben schneiden und servieren Getrüffelte Jakobsmuscheln 4 12 Jakobsmuscheln horizontal in 2 Teile aufschlagen Eine flache feuerfeste Schale zum Beispiel Eine Tarte Form mit etwa 1,5 Pl Öl auspinseln Die Hälfte der Muschelscheiben hineinlegen Mit einer hauchdünnen Trüffelscheibe belegen Die anderen Muschelscheiben darauf setzen Dann je 1,5 Esslöffel Öl über die Muscheln pinseln Und geackte Trüffel oben drauf geben Mit Alufolie abdecken Wenn die Gäste kommen 5 bis 0 Minuten in den auf i8 Grad C vorgeheizten Ofen geben Danach erst salzen Salat mit Trüffelsauce 4 etwa 20 Gramm Trüffel in eine Salatschüssel reiben Salsen Mit 4 Esslöffel geschmacksneutralem Rapsöl mischen Stehen lassen Die Salatsauce soll mindestens 3 Minuten durchziehen Pro Person eine kleine Hand voll milden Salat Wie Eichblatt oder Feldsalat waschen Und vorsichtig trocken schleudern Gegebenenfalls in grobe Stücke pflücken Die Blätter in eine Schüssel mit einer türkischen Liga Zitronensaft vermischen Dann das getrüffelte Öl dazu geben Erneut mischen Mit etwas Baguette zu den Jakobsmuscheln servieren Gebenenfalls in grünen 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 Kaponata ist die sizilianische Antwort auf Ratatou, wird aber meistens kalt serviert. Weitere Unterschiede, süß-sauer, oft mit Rosinen und weiteren Gemüsen wie Fenchel. Ein aromatischer Sommermix ideal im Voraus zuzubereiten und als Vorspeise ebenso gut wie als warme Beilage. Kaponata Siciliana an Würfel Mozzarella 1 Aubergine in Würfel mit 1 cm Kantenlänge schneiden, gut salzen und 20 bis 3 Minuten stehen lassen. Tomaten halbieren und entkernen. In kleine Stücke schneiden, ebenso die gehäuteten Zwiebeln. Die Kapern abspülen, kurz in heißes Wasser legen, danach gut ausdrücken. Zwei Selleriestangen oben und unten abschneiden. Die Stangen mehrfach längs aufschneiden, dann quer in sehr kleine Stücke schneiden. In zwei Esslöffel Olivenöl etwa 10 Minuten bei niedriger Hitze anbraten, dabei öfter rühren, eventuell etwas Wasser dazugeben. Die Zwiebeln hinzufügen und noch einmal 10 Minuten weiter braten, bis alles gar ist. Heraus nehmen, 3 Auberginenwürfel abspülen, in einem Geschirrtuch ausdrücken oder mit Küchenpapier gut ausdrücken, um die Flüssigkeit zu entfernen. Mit 3 Esslöffel Öl in einem zweiten, größeren Topf etwa 8 Minuten braten. Sellerie und Zwiebeln dazugeben, ebenso Essig, Zucker, Kappern, Oliven, Tomatenstücke und Mark, Zer, drückte Sardellen, Klammer auf oder Sardellenpaste und eventuell Pinienkerne. Etwa 15 Minuten ohne Deckel köcheln lassen, danach abkühlen lassen. Mit Salz und Pfeffer, eventuell noch Essig abschmecken. Pro Person eine halbe Mozzarella-Kugel aufschneiden, mit der Kappernata servieren. Die echte Ratatouille kommt aus Nizza. Das Gemüse dafür einzeln anzubraten klingt aufwendiger, als es ist. Vor allem aber, es lohnt sich. Denn so ist der Klassiker auch kalt ein hocharomatisches Vergnügen. Das Gemüse im Ofen vorzubacken ist einfacher, aber in kulinarischer Hinsicht ein Verlust. Ratatouille warm und kalt eins. Die Auberginen in Würfel mit 1 cm Kantenlänge schneiden, rundherum kräftig salzen und etwa 3 Minuten ziehen lassen, bis sie schön viel Flüssigkeit ausschwitzen. Währenddessen die anderen Gemüse bis auf eine Zwiebel ebenfalls in Würfel mit 1 cm Kantenlänge schneiden. 2. Die letzte Zwiebel häuten, sehr klein schneiden und mit 1 Esslöffel Olivenöl einige Minuten bei niedriger Hitze glasig andünsten. Die Tomaten halbieren Stielansätze herausschneiden, mit der Schnittfläche nach unten in die Pfanne setzen, abdecken und auf niedrigster Stufe 15 Minuten leicht schmoren, danach die Tomatenhaut mit einer Pinzette abheben. 3. Die Auberginenwürfel mit Wasser abspülen, abtropfen lassen, in einem Geschirrhandtuch gut auswringen und in einem Grotopf mit 2 Esslöffel Olivenöl braten. 4. Parallel in eine Pfanne die Zucchini, Paprika und Zwiebelstücke getrennt in je 2 Esslöffel Olivenöl bis festbraten, salzen und pfeffern. 5. Ist ein Gemüse fertig, zu den Auberginen in den Topf geben. Zum Schluss die gehäuterten Tomaten mit ihrem Saft in den Topf geben, gut mischen und mit dem Lorbeerblatt und Thymian 15 bis 20 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. 5. Zum Schluss die 3 Knoblauchzehen in die nicht mehr kochende Ratatou pressen. So schmecken sie viel intensiver und frischer. 6. Abschmecken Und so geht's mit Vorbacken, Backofen auf 250 vorheizen. 7. Tomatensauce vorbereiten, Zucchini, Auberginen und Paprika, in Scheiben schneiden, auf ein Backblech legen und mit 1 bis 2 Esslöffel Öl einpinseln. 8. Das Gemüse 2010 bis 15 Minuten backen herausnehmen, in Stücke schneiden, zu der Tomatensauce geben und weiter wie oben verfahren. Kichererbsensalat mit Rucola-Zutaten für 4 Portionen Zeit 15 Nährwert, 290 Kilokalorien, 13 Gramm E, 11 Gramm F, 32 Gramm Ka, 12 Gramm B, 2 mittlere Schalotten, 1 Esslöffel weißer Balsamis O, 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl, 1 kleine Dose Kichererbsen, etwa 250 Gramm Einwaage, 100 Gramm Rucola, Kirschtomaten, Klammer auf, optional Klammer zu, Salz, Pfeffer 1. Die Schalotten schälen und sehr klein schneiden, aus Essig, Öl und 1 bis 2 Esslöffel Aufgussflüssigkeit von den Kichererbsen, Salz und Pfeffer eine Finneigrette rühren, über die Zettwebeln geben und alles etwas stehen lassen, der Essig nimmt den Zwiebeln Schärfe und macht sie bekömmlicher. Zwei inzwischen den Rucola waschen, Drucken schleudern, die Stiele abtrennen und klein schneiden, ähnlich wie Schnittlauch. Mit den abgetropften Kichererbsen zur Finneigrette geben, dann erst die Rucola-Blätter vorsichtig untermischen, nach Wunsch mit halben Kirschtomaten dekorieren. Getrocknete Kichererbsen über Nacht einweichen und lange kochen. Das schmeckt noch besser, aber Dosenware ist eine gute Alternative, zudem in Sekunden einsatzbereit. Statt Kichererbsen kann man auch weiße Bohnen nehmen. Dieser Salat kommt gewissermaßen direkt aus der Pfanne. Den besonderen Kontrast bilden die rosa gebratenen Scampi und der Speck, der noch in der Pfanne mit Salatsauce aromatisiert wird. Statt Scampi geht auch fester Fisch wie Seeteufel. Mit ein paar Kartoffeln dazu ergibt das eine schnelle Mahlzeit. Salat mit Scampi und Speck 1 Die Salatblätter pro Person, etwa eine Handvoll vom Strunklösen, Waschen und Trockenschleudern, gegebenenfalls in mittelgroße Stücke zerteilen. Schalotte oder Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden, eine Knoblauchzehe schälen und hacken. Den Speck quer in dünne Scheiben oder schmale Streifen schneiden. 2 Das Brot kurz tosten. Mit einer durchgeschnittenen Knoblauchzehe auf einer Seite einreiben, in kleine Stücke schneiden und mit 1 Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne langsam knusprig braten, dann beiseite legen. 3 Die Scampi in 1 Esslöffel Olivenöl von allen Seiten etwa 2 Minuten anbraten, in die Salatschüssel geben. In derselben Pfanne Zwiebeln, Knoblauch und Speck anbraten, er soll nicht knusprig werden. Pfanne vom Herd nehmen, Zwiebelspeckmischung mit 1 Esslöffel Essig ablöschen. Nun den ganzen Pfanneninhalt mit Speckölzwiebeln, Knoblauch in die Schüssel zu den Scampi geben, alles mit 2 Esslöffel Essig und etwas Pfeffer gut mischen. Erst die festen Salatblätter unterheben, dann feinere Virocola. Zum Schluss 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl unter den Salat geben. Wir den Salat gleich servieren vorher aber die Scampi, herausfischen und zusammen mit Brotwürfeln auf die Salatproteonen legen. In Frankreich nimmt man meist Friese als Salat. Andere Sorten gehen auch. Hauptsache, die Salatblätter fallen nicht gleich zusammen und schmecken teilweise leicht bitter. Gut zum Salat sind auch gekochte Eier. 48 vitaminreiche Zitrusfrüchte zusammen mit Fenchel in einem Salat leichter und gesünder geht es kaum. Hier geht die weiß-grüne Knolle mit dem Anis-ähnlichen Geschmack eine Herbsüße-Liezo mit Zitronen und Orangen ein. Oregano intensiviert die mediterrane Note. Zitrus-Fenchelsalat mit Oregano eine Zitrone und Orange mit einem kleinen scharfen Messer so weit herunterschälen, dass auch die weißen schalen Teile entfernt sind. Dann die Filets einzeln über einer Salatschüssel an dem weißen Häutchen entlang herausschneiden, das jeweilige Filet mit der Messerschneide hinausschieben und mit dem abtropfenden Saft in die Schüssel geben. 2. Die Knoblauchzehe häuten und gepresst in die Salatschüssel zu den Filets geben, ebenso Salz, Pfeffer und eventuell noch etwas Chili-Pulver. 3. Die Fenchelknolle außen wenn nötig mit dem Sparschäler von trockenen Teilen befreien, dann der Länge nach halbieren, den Strunk teilweise herausschneiden. Die halbe Knolle längs in feine Spalten schneiden oder quer zur Faser in dünne Scheiben ebenfalls in die Salatschüssel geben. 4. Alles gut vermischen, einige Minuten durchziehen lassen, dann das Olivenöl unterrühren. Zum Schluss, getrockneten Oregano zwischen den Handflächen über den Salat reiben. 1 Esslöffel Dijosenf 2 Esslöffel heller Balsamiso oder Weißweinessig 1 Esslöffel Wasser 5 bis 6 Esslöffel Rapsöl 1 Msp. Natronsalz, Pfeffer 1 kleine Schalotte, auf etwa 1 gehäufte EL-Klammer zu, 2 gehäufte EL-Blatt-Grün vom Stangensellerie 1 Knoblauchzehe 4 Basis-Zubereitung wie bei der einfachen Fenachrette. Dann Schalotte und das sehr fein geschnittene Sellerie grün unterrühren, Knoblauchzehe hineinpressen. Die Fenachrette passt gut zu grünem Blattsalat oder Chinakohl, besonders zu einem Salat aus Stangensellerie, dafür 6 große, zarte Stangen in dünne Ringe schneiden, 4 Blätter von einer Fenchelknolle quer zur Faser in Streifen. Mit der Fenachrette vermischen, nach Belieben mit Sardellenfilet skarnieren. Rote Fenachrette 3 Esslöffel Dijosenf 6 Esslöffel dunkler Balsamiso oder Rotweinessig 1 Esslöffel Wasser 18 bis 20 Esslöffel Rapsöl 1 Msp. Natronsalz, Pfeffer 3 kleine Schalotten 3 Esslöffel, geriebene rote Beete, eine Basis-Zubereitung wie bei der einfachen Fenachrette. Die rote Beete vom Wurzel in der knapp 2 cm schälen, das geschälte Hände reiben, benötigt werden etwa 3 gehäufte EL, mit den sehr klein geschnittenen Schalotten in die Emulsionröhren. Die Fenachrette passt zu allen gemischten Salaten auch farblich interessant zu Chicorée oder vorsichtig dosiert zu Feldsalat. Der Rest der Beete hält sich in Folie fest, verpackt mehrere Tage im Kühlschrank. Sie können die frische, rohe Beete auch grob geraspelt über einen Endividin-Salat mit einer 1 Vatgen-Finnachrette geben. Zutaten für rund 350 ml Nährwert für 50 ml, 340 kcal, 1 g e 36 g f, 3 g k. Fenchel-Creme-Zutaten für 4 Portionen, Zeit 45, 15, aktiv Nährwert, 185 kcal, 5 g e 17 g e 5 g k, 3 g b 500 g Fenchel, 100 g helles Gemüse wie Lauch, Zwiebeln, Sellerie-Knolle, 20 g Butter, 100 g Sahne, 100 ml Brühe, Klammer auf optional, Klammer zu, 1 Esslöffel Olivenöl, 20 g Rohrschinken, wie Pata Negra, Serrano-Salz, Pfeffer 1, den Fenchel waschen, das harte äußere Entfernen, Klammer auf Sparschäler, Klammer zu, die Knolle längs halbieren, Strunk entfernen, quer in dünne Streifen schneiden, 2 nehmen sie an hellem Gemüse, was der Kühlschrank gerade bietet, Alles in kleine Stücke schneiden, mit 2 g Butter etwa 5 Minuten andünsten, dann mit dem Fenchel zugedeckt bei niedriger Hitze 2010 bis 15 Minuten köcheln lassen Dabei immer wieder rühren, es soll nicht bräunen 3 750 ml Wasser und die Sahne eventuell auch etwas Brühe 15 bis 2 Minuten kochen, bis alle Gemüse ganz weich sind Die Suppe pürieren, abschmecken, Klammer auf Salz, Pfeffer, Klammer zu Zum saufieren je etwas Olivenöl und weniger akten rohen Schinken darüber geben Nach diesem Prinzip mit etwa 20% anderem Gemüse kombiniert, schmeckt auch Blumenkohlsuppe interessanter Wichtig, den Blumenkohl sehr klein schneiden Für das italienische Nationalgericht hat jede Region ihr Rezept mit Zutaten der Saison Praktisch immer dabei sind weiße Bohnen, Tomaten und Parmesan Traditionell wird Minestrone ziemlich lange gekocht Wir finden das Gemüse bissfest besser und geben Parmesanrinde fürs Aroma im Topf Schnelle Minestrone 1 Zwiebeln, Kartoffeln und Möhren schälen Das restliche Gemüse waschen, Tomaten entkernen, Selleriestangen entfädeln Alles in kleine Scheiben, Ringe oder Würfel schneiden Den Knoblauch häuten und hacken Insgesamt sollten es 80 bis 900 Gramm geputztes Gemüse sein 2 Zwiebeln mit Speck und Knoblauch in 2 Esslöffel Öl glasig anbraten, dann auch das andere Gemüse bis auf die Kartoffeln, Tomaten und Zucchini Nach 2 Minuten die Brühe Kartoffeln, Lorbeerblätter, Thymian und Parmesanrinde hinzufügen und 2 Minuten köcheln lassen Tomaten, weiße Bohnen und Zucchini-Würfel dazugeben und weitere 5 Minuten köcheln lassen 3 Lorbeerblatt und Käserinde herausfischen Mit je 1 Esslöffel Basilikumblättern und geriebenem Parmesanbrotella servieren Kochen sie auf Vorrat Die Suppe schmeckt am nächsten Tag wenn die Aromen durchgezogen sind, noch besser Im Kühlschrank hält sie sich mehrere Tage Variieren sie die Gemüse, es können auch Wehrsing oder Weißkohl sein Tomaten aus der Dose oder 30 Gramm Getrocknete funktionieren auch Ideal als Speck ist der italienische Panketar Räucherspeck, geht als Ersatz Zutaten für 4 Portionen Zeit 45 30 Aktiv Nährwert 330 Kilokalorien 24 Gramm E 11 Gramm F 32 Gramm K A 14 Gramm B 1 bis 2 mittlere Zwiebeln 150 Gramm Kartoffeln Festkochend Klammer auf oder 100 Gramm kurze Macaroni Klammer zu 250 Gramm Möhren 2 große Tomaten 250 Gramm Zucchini 2 Selleriestangen 250 Gramm Weiteres Gemüse Wie Rübchen Grüne Bohnen Lauch 2 Knoblauchzehen 150 Gramm Gewürfelter Speck Nicht oder nur wenig Geräuchert 2 Esslöffel Olivenöl 1,51 Brühe Klammer auf Auch Instant Klammer zu 2 Lorbeerblätter 1 bis 2 Teelöffel Getrockneter Thymian Parmesan Rinde 400 Gramm Weiße Bohnen Klammer auf Dose Klammer zu 1 Bund Basilikum 4 Esslöffel Parmesan Gerieben Einfache Finaigrette 2 Esslöffel Dijo Senf 4 Esslöffel Essig 1 Esslöffel Kaltes Wasser 10 bis 12 Esslöffel Öl Nach Wunsch 1 Natron Salz Pfeffer 4 Zunächst Senf Essig Wasser Pfeffer Und Öl 2 Esslöffel 2 Esslöffel 2 Esslöffel 2 Esslöffel 2 Esslöffel Spülen eventuell Schälen, Salatblätter und das Basilikum, Trockentupfen, Paprika und Fenchel in Streifen schneiden, Möhre und Sellerie in dünne Scheiben, ebenso die Frühlingszwiebeln, die Tomaten halbieren, zwei für die Soße in eine großen Schüssel, den Essig mit Sardelenpaste mischen, pfeffern aber nicht salzen, eine geschälte Knoblauchzehr hineindrücken, die festen Gemüse, Klammer auf Möhre, Sellerie, Paprika, Fenchel, Frühlingszwiebeln, Klammer zu, in die Schüssel geben und gut mit der Soße vermengen, bis alles benetzt ist, drei dann die Radicchioblätter zerteilen und untermischen, probieren, eventuell noch ein Esslöffel Essig dazugeben, zum Schluss die empfindlichen Blätter hier Rucola und Basilikum untermüngen, wenn jedes Blatt benetzt ist, vorsichtig das Öl untermischen, ebenso die halbierten Tomaten, für ganz feine Salate nehmen sie statt Essig sehr wenig kräftigen Rotwein, Selleriestangen entfädeln sie so, von innen anschneiden in zwei oder drei, Teile brechen, die sichtbar werden den Fäden abziehen Sommersonne, Süden, so sieht dieser Salat aus und so schmeckt er auch, aber eigentlich erst mit richtig schön reifen Tomaten, also etwa ab Juli oder August Besonders die Tomaten-Vinachrette braucht das volle Aroma Der ultimative Tomatensalat, eine Schalotte und Knoblauchzehe häuten und sehr fein hacken, die Tomaten waschen, trocknen und quer halbieren, so dass man mit einem kleinen Löffel die Kerne samt Tomatenflüssigkeit herauslösen kann, Kerne plus Flüssigkeit mit Essig, Olivenöl, der Schalotte und der Knoblauchzehe, zu einer Finneigrette mischen Nach Wunsch auch die Joseph dazu geben Mit einer Prise Zucker, etwas Salz und Pfeffer abschmecken Zwei die entkernten Tomaten in mundgerechte Stücke schneiden, vorher den Strunk entfernen Je nach Geschmack auch halb getrocknete, kleingewürfelte Tomaten untermischen So viel Tomaten-Vinachrette wie gewünscht unter den Salat mischen, den Rest aufheben Zum Schluss kleingeschnittene Basilikumblätter über den Salat spreuen Die gestliche Finneigrette macht sich gut zu Fisch und Fleisch Man kann auch ein bis zwei Teelöffel getrockneten Thymian oder Oregano untermischen Zum Salat passen die Parmesanthaler Marokkanischer Karottensalat, ein orange-grüne Symphonie und dazu noch urgesund Das machen Karotten, Knoblauch, Olivenöl und auch Kreuzkümmel Ein typisch nordafrikanisches Gewürz, eine tolle Beilage oder Vorspeise Zutaten für vier Portionen, Zeit 15 Nährwert 105 Kilokalorien, 1 Gramm E, 8 Gramm F, 7 Gramm K, A, 5 Gramm B, 500 Gramm Karotten Salz, Zucker, Pfeffer, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Zitrone, 1 Prise schärfe Paprika, 1,5 Teelöffel Kreuzkümmel, gemahlen, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 1 bis 2 Stiele, Koriander, Klammer auf oder Petersilie, Klammer zu Nach Wunsch auch mehr 1 Karotten schälen und schräg in ovale Scheiben schneiden Etwa 3 Millimeter dick Mit ITL Salz und I Prise Zucker in 1,51 Wasser etwa 3 Minuten Bis fest kochen, abgießen 2 Olivenöl mit 1 Esslöffel Zitronensaft und eventuell 1 Esslöffel Wasser zu einer Finneigrette mischen Mit Salz, Pfeffer, Paprika und Kreuzkümmel würzen und über die Möhren geben 3 je nach Geschmack 1 bis 2 Knoblauchzehen in den Salat pressen UN-Term hängen, gut durchziehen lassen 4 Koriander waschen, trockens küteln, die Blättchen grob hacken und mit den Möhren vermengen Und so geht's mit rohen Karotten, 500 Gramm grob reiben Saft einer Zitrone mit 2 Esslöffel 1 und 1 Schrägstrich 2 türkische Liegekreuzkümmel Darüber geben eventuell etwas Zucker, dazu Mindestens 30 Minuten marinieren mit reichlich gehackter Petersilie oder Koriander servieren Die Hühnerbrust in schmale Streifen schneiden Salzen, pfeffern und im Öl rundherum etwa 3 Minuten anbraten 2 die chicode Köpfe abspülen, trocknen und halbieren Den Strunk herausschneiden und klein würfeln Eine Schüssel oder einen Teller mit einigen äußeren Blätter auslegen Die anderen Blätter in daumenbreite Halbringe schneiden Den geschälten Apfel in kleine Würfel schneiden 3 aus Essig, Olivenöl und 1 Esslöffel Wasser Eine Fingerkrette mischen, die großen Salatblätter damit beträufeln Apfelstücke, chicore Ringe, klein geschnittenen Strunk- und Hühnerbruststreifen mit der Finaikrette vermengen Auf die Blätter füllen Nach Geschmacksumach, Klammer auf Seite 206, Klammer zu Darüber streuen Eine vegetarische Variante Statt 180 bis 100 Gramm würzigen Schnittkäse in Würfeln, Klammer auf Zum Beispiel Emmentaler, Klammer zu Über den Salat geben Eine Randfolge rakter Walnüsse in der Pfanne rösten und darüber streuen Diese Koalition aus Orange und Grün hat nicht nur farbliche Aspekte Das Püree mit Radieschenblättern setzt dem sanften Kürbisaroma eine leichte Schärfe entgegen Hokkaido ist praktisch, oft muss man ihn gar nicht schälen Außerhalb der Kürbiszeit sind Petersilienwurzeln eine Alternative Kürbissuppe mit grünem Püree 1 Radieschenblätter, Klammer auf ohne Stier, Klammer zu Waschen und trockens küteln Schlafeblätter vorher mindestens 15 Minuten ins kalte Wasser legen, bis sie wieder prall sind Den Hokkaido eventuell dünnschälen, Klammer auf Sparschäler, Klammer zu In kleine Stücke schneiden ebenso die Zwiebel und den gründlich gewaschenen Lauch Zucchini waschen, dünnschälen, Klammer auf Schalen aufbewahren, Klammer zu Und würfeln 2 Kürbislauch, Zucchini und Zwiebel, in der Hälfte der Butter anschwitzen 50 Ohm Wasser zugießen, abgedeckt köcheln lassen, bis die Gemüse weich sind Pürieren und abschmecken, Klammer auf Salz, Muskat, Klammer zu 3 den größten Teil der Radieschenblätter Feinhacken mit den Zucchini-Schalen und eine Prise Natron in der restlichen Butter Andünsten salzen, eventuell etwas Wasser zu geben Knoblauch hineinpressen Mit den Kartoffelstücken 100ml Milch und 400ml Wasser Weich köcheln und pürieren Abschmecken mit Salz und Pfeffer 4 Zuerst Die Kürbissuppe in die Teller geben, dann den grünen Anteil Mit der Gabel etwas auf der Oberfläche verteilen Restliche Radieschenblätter in feine Streifen schneiden und darüber streuen Immer gut, etwas Olivenöl über die Suppe geben Ältere Hokkaido-Exemplare bleiben beim Pürieren manchmal etwas körnig Das kann man vermeiden, indem man den Kürbis dünn schält Viel Mühe macht das nicht Auch Kerbel statt Radieschengrün geht gut fürs Püree Die Blätter von einem großen Bund zu zwei Drittel mitpürieren Ein Drittel aufbewahren und auf die fertige Suppe streuen 37 sommerliche Kartoffelsuppe mit Radieschengrün Bei dieser leichten Suppe werden die Kartoffeln nicht püriert Überraschende Begleitung mit leicht schärfer Nebenwirkung Radieschenstiele und Blätter Zutaten für vier Portionen Zeit 30 Nährwert 100 Kilokalorien 2 Gramm E 5 Gramm F 11 Gramm K 2 Gramm B 1 Gramm B 1 Gramm B Pisto heißt das südfranzösische Basilikum Pesto. Es ist leichter als das italienische, ohne Nüsse aber mit Tomaten. Traditionell würzt Pisto eine Sommersuppe gleichen namens mit verschiedenen frischen Bohnen. Leichte Soppe auf Pisto 1 Zwiebeln und Möhren schälen und in kleine Stücke schneiden. Den Lauch gründlich waschen, in 1 cm dicke Ringe schneiden, die Selleriestangen in dünne Scheiben. Tomaten halbieren, die Kerne mit einem Löffel entfernen, Stielansätze herausschneiden und in sehr kleine Stücke schneiden. Weiße Bohnen nur abgießen. 2 Das Gemüse außer Tomaten und Bohnen mit 2 Esslöffel Öl in einen Topf geben, salzen und 15 Minuten auf niedrigster Hitze bei geschlossenem Deckel anschmoren. Gelegentlich umrühren, es soll nicht braun werden. Geflügelbrühe, grüne Bohnen, Natron und die Hälfte der Tomaten, dazugeben und köcheln lassen, bis die Bohnen weich sind. Dann die weißen Bohnen dazugeben und kurz mit erhitzen. 3 Für das Pisto die Basilikumblätter abspülen, trockens küteln, fein hacken, mit der anderen Hälfte der Tomaten vermischen und den Knoblauch hineinpressen, das Olivenöl langsam hineinrühren. 4 Auf jeden Teller Suppe einen Esslöffel Pisto geben, nach belieben geriebenen Parmesan dazu. Gemüse bei niedriger Hitze anzuschmoren ist Geschmacksverstärkung pur, denn das Anwürsten in Fett setzt Aromen frei und lässt sie so erst richtig zur Geltung kommen. Sättigender wird die Suppe wenn sie etwa 250 Gramm Kartoffeln oder 50 bis 100 Gramm Hörnchen Nudeln dazugeben und je nach Geschmack mehr Gemüse. Pürierte Kichererbsen machen diese Spinatsuppe cremig. Die Sesampaste Taina gibt dem Ganzen eine besondere Geschmacksnote. Dazu kommt etwas Curry, mit dem man gerne in Nordafrika würzt. Sesamkörner runden die Suppe ab. 200 Gramm Spinat tiefgefroren 1 mittlere Zwiebel 1 Knoblauchzehe 100 Gramm Kichererbsen Klammer auf aus der Dose Klammer zu 1 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel Taina 750 Milliliter Hühnerbrühe 1 Esslöffel Milder Curry 2 Esslöffel Sahne 1 bis 2 Teelöffel Zitronensaft Kreuzkümmel oder Koriander gemahlen Klammer auf optional Klammer zu 15 Gramm Sesamkörnersalz Pfeffer 1 Spinat auftauen Klammer auf am besten per Mikrowelle Klammer zu Gut ausdrücken, hacken Zwiebel und Knoblauch häuten und klein hacken Kichererbsen abgießen 2 Die Zwiebel im Öl glasig anschwitzen Knoblauch und Spinat dazugeben Ebenfalls 2 bis 3 Minuten andünsten Mit Taina Brühe Curry und den Kichererbsen kurz aufkochen Alles mit 2 Esslöffel Sahne pürieren mit etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmücken Je nach Geschmack auch mit etwas Kreuzkümmel oder Koriander 3 Sesamkörner in einer Pfanne ohne Fett leicht bräunen Die recht dickfüßige Suppe Brotella mit je eine türkische Liga Sesamkörnern servieren Tomatensuppe Eis und Kaltzutaten für 4 Portionen Zeit 35, 20 Aktiv Nährwert 150 Kilokalorien 3 Gramm E, 8 Gramm F, 8 Gramm K, 3 Gramm B, 1 Mittlere Zwiebel 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl 1 Große Knoblauchzehe 1 Kilogramm Mittelgroße, sehr reife Tomaten 1 Bund Basilikum 100 Gramm Creme Freiche Klammer auf optional Klammer zu Salz, Pfeffer, Chili oder Arissa 1 Zwiebel schälen und würfeln In einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten in Öl glasig dünsten Zum Schluss den Knoblauch in Scheiben dazugeben Tomaten Lenz halbieren Stielansatz herausschneiden Mit der Schnittseite nach unten in derselben Pfanne zugedeckt 15 Minuten köcheln lassen Die Haut mit einer Pinzette abziehen Je nach Größe der Tomaten in 2 Portionen arbeiten 2 Tomaten-Mix in einen Topf umfüllen Nach Wunsch sehr fein oder etwas stückig pürieren Etwas so mit Wasser, Salz oder gekörnte Brühe Dazu geben und kurz aufkochen Mit Pfeffer, eine Prise Chili oder eine Messerspitze Arissa würzen Eventuell mit etwas Tomatenmark andicken In Teller oder Schalen füllen und mit etwas geracktem Basilikum Je nach Wunsch auch mit 1 Esslöffel Creme Freiche servieren Im Winter sind ganze geschälte Tomaten aus der Dose ein guter Ersatz Weiße Bohnen mit Anchovies Um zu Anchovies zu werden Verbringen Sardellen bis zu 2 Jahre im Salz Dabei entwickeln sie ein Aroma Das Franzosen, Italiener und Spanier gerne zum Würsen nutzen Wer die scharfischigen Mini-Filets liebt, kommt bei diesem Salat auf seine Kosten Zutaten für 4 Portionen Zeit 20 Nährwert 280 Kilokalorien 6 Gramm E 20 Gramm F 17 Gramm K 3 Gramm B Eine Dose kleine weiße Bohnen Etwa 250 Gramm Abtropfgewicht 25 bis 30 Anchovies Filets Klammer auf 2 kleine Gläser Klammer zu 3 Esslöffel Kapern in Leg Einige Blätter Radicchio 2 bis 3 Frühlingszwiebeln 3 Esslöffel Balsam So dunkel oder hell 5 bis 6 Esslöffel Olivenöl Salz Pfeffer 1 Die Bohnen abgießen Abtropfen Las Senior Anchovies Filets in Salz abspülen In Öl Eingelegte Anchovies können sie gleich verwenden In kleine Stücke schneiden Dabei 6 Filets zur Dekoration Malbieren Die Kapern abgießen und hacken Radicchio und Frühlingszwiebeln abspülen Trockenschleudern Frühlingszwiebeln schräg in feine Ringe schneiden Dunkelgrüne Händen nicht verwenden 2 Anchovies mit Kapern und Balsamiso mischen Dann mit den Bohnen und dem Öl vermengen Mit Salz, Pfeffer und eventuell noch etwas mehr Balsamiso abschmecken Zum Schluss die Frühlingszwiebeln dazu geben 3 Den Bohnensalat auf den Radicchio Blättern servieren Die Albierten Sardellenfilets da überlegen Grün von 1 und Radieschen 40 Gramm Gehörstete Pistazien oder Cashewkerne Salz 50 Milliliter Walnuss oder Rapsöl Pfeffer Zitronensaft 2 große Knoblauchzehen oder 50 Gramm Parmesan Klammer auf Optional Klammer zu 4 Radieschen Blätter samt Stiele 3 O bis 6 O Minuten in kaltes Wasser legen Waschen, trockenschleudern Mit den geschälten Nüssen und Salz im Mixer pürieren Öl, gemahlenen Pfeffer und etwas Zitronensaft hinzufügen Knoblauch wenn's pressen 2 große Zähne in das Pesto Weniger intensiv wird es wenn man die Zähne mit Schale leicht anwurstet, schält und mitpüriert Auch gut 5 OG geriebenen Parmesan unterrühren Passt auch zu Bruschetta Fisch in Suppen Mit Nudelkochwasser verdünnt zu Pasta oder Risotto Cremiges Pilzrisotto Das Risotto lässt sich im Voraus vorbereiten und kommt trotzdem cremig auf den Tisch Nehmen Sie Pilze nach Wahl Je intensiver sie schmecken, desto besser Immer gut sind Pfifferlinge und Steinpilze Es funktioniert auch mit Kräuterseitlingen oder sogar Champignons Zutaten für 4 Portionen Zeit 45 Nährwert 330 Kilokalorien 7 Gramm E 21 Gramm F 21 Gramm KH 3 Gramm B 250 Gramm Pfifferlinge Klammer auf oder andere Pilze Klammer zu 1 bis 2 Esslöffel Öl 100 Gramm Risotto Reis 100 Milliliter Weißwein 500 Milliliter Fond Erhitzt 75 Gramm Zucchini-Soße Klammer auf Siehe Seite 202 Klammer zu 50 Gramm Parmesan Gerieben 20 Gramm Butter 1 Pilze Abbürsten Angetrocknete Jähende Abschneiden Große Exemplare eventuell in Scheiben schneiden Mit 1 Esslöffel Öl anbraten Nach 2 Minuten Eine geschöne Stücke bei Seite Legehen Den Rest einige Minilten knackig braten Aus dem Topf nehmen Bei Sograze abgedeckt im Ofen warm stellen 2 Reis im Pilztopf Mit 1 Esslöffel Öl Bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten glasig dünsten Mit dem Wein ablöschen Wenn dieser verkocht ist Iomel Eifo darüber geben Kurz durchrühren Und bei mittlerer Hitze köcheln lassen Bis der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat 3 Mal wiederholen Bis der Reis fast gar ist Im Kern aber noch bis hat Offen stehen lassen Er muss relativ trocken sein 3 kurz vor dem Servieren Den Risotto mit Iomel Fond und den Pilzen aus dem Ofen erneut erhitzen Mit 4 Esslöffel Zucchini Sauce Parmesan und 1 Esslöffel Butter oder Olivenöl Cremisch rühren Mit den beiseite gelegten Pilzen dekorieren Bulgur Risotto mit grünem Spargel Zutaten für 4 Portionen Zeit 20 Nährwert 295 Kilokalorien 10 Gramm E 8 Gramm F 39 Gramm Ka 7 Gramm B 500 Gramm Grüner Spargel Eine Schalotte 200 Gramm Grobe Bulgur 1 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel Butter 100 Milliliter Brühe 20 Gramm Parmesan Salz Pfeffer 1 Spargel im unteren Drittel schälen Feste Enden abschneiden Spargelspitzen etwa 5 cm lang abschneiden Beiseite legen Die restlichen Spargelstangen längs halbieren Quer in I-Zentimeter-Stücke schneiden Schalotte fein hacken Bulgur in einem Sieb in einen Topf mit heißem aber nicht mehr kochendem Wasser hängen 5 Minuten ziehen, dann abtropfen lassen 2 inzwischen Spargel- und Schalottenstücke mit 1 Esslöffel Butter und 5 Ohmel Brühe 5 Minuten zugedeckt Köcheln Lasenio Bulgur und weitere 5 Ohmel Brühe untermischen Kurz erhitzen Parallel die Spargelköpfe in 1 Esslöffel Olivenöl mit 1 Esslöffel Wasser bei niedriger Hitze Zugedeckt bis fest Garen Salzen Pfeffern 3 zum Servieren Den Bulgur mit den Spargelstückchen auf die Mitte des Tellers Geben die Spargelköpfe rundherum anordnen Darauf etwas Parmesan hobeln und Olivenöl träufeln Hier ist grobe Bulgur am besten, er hat mehr bis als feiner Stangensellerie Pesto 5-6 Selleriestangen 1 und glatte Petersilie 1 Natron Klammer auf Backsoda Klammer zu 25 Gramm gemahlene Mandeln 75 Milliliter Olivenöl 20 Gramm geriebene Parmesan-Salz Pfeffer 1 von 5 bis 6 Stangen aus dem Inneren eines Staudensellerie Möglichst helle Blätter abtrennen, waschen und trockenschleudern Schon recht schlappe Blätter mindestens 10 Minuten ins kalte Wasser legen, bis sie wieder prall werden Diese Blätter sehr klein schneiden, ebenso die Blätter von einem Bund glatter Petersilie Mit Natron, Mandeln und Olivenöl pürieren eventuell in zwei Portionen Salzen und Pfeffern Etwa 20 Gramm geriebenen Parmesan mit dem Löffel unterrühren Passt auch zu gedünstetem Fisch, geschmortem Fleisch auf Crostini und in Suppen Zutaten für etwa 200 Gramm Zeit 15 Nährwert je 20 Gramm Klammer auf 1 Esslöffel Klammer zu 95 Kilokalorien 1 Gramm e 10 Gramm f 1 Gramm k Tomaten Oregano Pesto 100 Gramm Getrocknete Tomaten 1 und Petersilie Klammer auf oder Basilikum Klammer zu 1 Esslöffel getrockneter Oregano 2 Knoblauchzehen 60 Milliliter Olivenöl 1 gehäufter EL Tomatenmark 20 Gramm Parmesan Salz, Pfeffer, Chili-Pulver, getrocknete Tomaten klein schneiden Sehr harte vorher kurz in Wasser mit 1 Esslöffel Essig aufkochen Kräuter waschen, trockenschütteln, Blätter hacken Mit Oregano und Tomaten pürieren Knoblauchzehen hineinpressen Mit Olivenöl und Tomatenmark erneut pürieren Eventuell mit 3 Esslöffel Wasser flüssig rühren Parmesan unterrühren Abschmecken Klammer auf Salz, Pfeffer, Chili-Klammer zu Pastet was verdünnt auch gut als Tomatensoße zu Fisch und Fleisch Oder zusätzlich etwas schärfer gewürzt als Arabiata-Sauße zu Pasta Zutaten für je etwa 250 Gramm Zeit Mit 45 Nährwert je 20 Gramm Klammer auf 1 Esslöffel Klammer zu 68 Kilokalorien 1 Gramm E, 7 Gramm F, 2 Gramm K, A, 1 Gramm B 250 Gramm Walnüsse Geschält 4 Knoblauchzehen Möglichst frisch 150 Milliliter Walnuss oder Rapsöl Salz, Chili-Pulver, Zitronensaft Die Walnusshälften grob hacken Fettfrei in der Pfände anwürsten Bis sie anfangen zu duften Klammer auf Alternative Bei 15 Grad C umluft 5 bis 5 Minuten in den Backofen Klammer zu Das Rösten macht das nussige Aroma besonders intensiv Die ungeschälten Knoblauchzehen halbieren In kaltes Wasser geben, kurz aufkochen und abschicken Das nimmt dem Knoblauch Schärfe Die Haut abziehen, grob hacken und mit den Walnussstücken nicht zu fein pürieren Das Öl untermischen, salzen mit Chili oder Zitronensaft oder beidem würzen Passt auch zu gewürsteten Baguettescheiben mit etwas Kochwasser verdünnt zu Pasta und auf alles was im Ofen gratiniert wird Gruditeuse sind roh, frisch und jung Die Selleriestangen sollen noch recht hell Schick, hohe, ohne grüne Stellen Fenchel, Möhren und Paprika Prall und saftig sein Frühlingszwiebeln schmecken roh nur wenn sie wirklich frisch sind Gruditeuse und dazu vier Dips Eins, das Gemüse waschen Wurzeln abschneiden Das Grün von Selleriestangen und Radieschen kappen Aber nicht wegwerfen Klammer auf sie Nächste Seite Klammer zu Die Selleriestangen zwei bis drei Mal von innen leicht anschneiden Durchbrechen und dabei die Fäden abziehen Aus der halbierten Fenchelknolle den Strunk herausschneiden Die Blätter herauslösen In Spalten schneiden Ebenso die entkernte Paprikaschote Die Möhren schälen und in Stifte schneiden Den Chicoré halbieren und die Blätter ablösen Pro Person vier bis fünf Walnussgroße Hörschen aus einem Blumenkohl lösen Zwei Die Ancheuade wird relativ flüssig Sardellenfilets in Salz zunächst abspülen Trockentupfen Filets in Öl direkt mit zwei bis drei Esslöffel Öl in einem kleinen Topf Sehr langsam erhitzen So dass sie sich auflösen Klammer auf Schmelzen Klammer zu Kapern fein hacken und dazu Gebänknoblauch hinein eindrücken Alles mit dem restlichen Öl und nach Geschmack etwas Essig cremig rühren Pfeffern Drei rohes Gemüse auf ein oder mehreren Tellern arrangieren Die Sardellensoße separat Die Radieschen mit Butter und Salz genießen Dazu passt Baguette Das man auch mit den Pistos auf der nächsten Seite besprechen kann Crudites sind übersetzt Rohheiten aber eigentlich sehr fein und zart Franzosen und Italiener tunken die Crudites gerne auch in Wagner-Couda Eine warme Soße oder mal in Olivenöl mit Salz und eventuell auch Essig Klammer auf Pinz im Manio Klammer zu Zutaten für vier Portionen Zeit 30 Nährwert 435 Kilokalorien 8 Gramm E 37 Gramm F 14 Gramm Ka 12 Gramm B Vier junge Selleriestangen Eins Bunt Radieschen Ein halb Fenchelknolle Eine Paprikaschote Vier bis sechs mittlere Möhren Eins Chicorée Ein halb Blumenkohl Vier Frühlingszwiebeln 50 Gramm Butter Flördesel Anschau Ja, der Provenkale Ein Esslöffel Kapern Ein Glas Sardellen Filets im Öl oder Salz Klammer auf 80 bis 100 Gramm Klammer zu 100 Milliliter Olivenöl Ein halb Esslöffel Rotweinessig Klammer auf Optional Klammer zu 3 Knoblauchzehen Pfeffer